Hallo und willkommen zum heutigen Video, in dem ich mal was anderes behandle. Und zwar geht es in diesem Video um mein aktuelles Kickstarter-Projekt. Und das aktuelle Kickstarter-Projekt ist komplett auf Englisch und damit alle deutschsprachigen Leute auch wissen, worum es geht, dieses kleine Informationsvideo. Die fleißigen Zuschauer in Streams und Co. haben es bereits gesehen. Ich habe es auch schon mehrfach angekündigt, in Berlin schon getestet, am Bodensee schon getestet, auf den Maker Fairs. Ich habe eine Lötdampfabsaugung gebaut. Die sieht so aus, unspektakulär wie eine Standard-Lötdampfabsaugung, vorne ein Lüfter, oben ein Aktivkohlefilter. Großartig, was soll es sonst haben als Absaugung, ne? Hat aber ein paar große Vorteile im Vergleich zu anderen Absaugungen. Man kennt ja die Teile hier, gibt es ja bei Reichel und Co. für relativ wenig Geld. Ich habe immer so ein dickes 230-Volt-Kabel hinten dran und das nervt unglaublich, weil ich räume jedes Mal den Schreibtisch komplett ab, wenn ich das Ding irgendwie verwende. Und meistens stand es irgendwo hinten und ich habe es einfach nicht verwendet, weil es einfach zu groß, zu klobig und auch viel zu laut war. Dann dachte ich mir vor zwei Jahren, ja, ich baue mir selber schnell so eine Absaugung. Ich bin jetzt wirklich seit zwei Jahren nicht permanent, aber immer wieder am Entwickeln an diesem Teil. Es läuft jetzt schon, wie man unschwer hören kann, denn es hat einen Akku drin. Das Ding hat einen 18650er Standard-Lizium-Ionen-Akku drin. Der Akku hält ungefähr sechs Stunden, wenn nur der Lüfter läuft. Optional gibt es auch, wie man hier erkennen kann, ein Licht dazu. Wenn man die Taste länger gedrückt hält, geht es Licht an. Das Ding kann man über USB laden, Micro-USB. Das Ding kann man auch über WPC laden, also G-Standard-WPC, wie jetzt hier bei dieser Ikea-Lampe. Packt man das Ding da drauf und dann lädt es. Es hat eine Akkuüberwachung drin, eine komplette Gas-Scotch heißt es, die den Akku überwacht. Also Ladestand, Restkapazität und so weiter. Man muss also keine Angst haben, dass das Ding irgendwie tief entladen wird oder so, denn der Akku wird von dieser Gas-Scotch überwacht und wenn der Akkustand zu klein wird, schaltet das Ding einfach nicht mehr ein. Dann leuchtet es hier vorne rot und man muss laden, damit es wieder funktioniert. Es gibt von dieser Absaugung grundlegend drei Varianten. Variante 1 wäre die günstigste Einsteiger-Variante, komplett ohne Akku. Also da ist dann wirklich nur der USB-Anschluss, ein bisschen Intelligenz auf der Platine drauf und man muss quasi hinten 5 Volt ein Ampere so ein USB-Steckernetzteil mit Micro-USB hier einstecken, damit das Ding überhaupt funktioniert. Die zweite Variante ist USB-Charging. Bedeutet, man hat den Akku mit drin und man kann diesen Akku mit der Micro-USB-Buchse laden und das Ding dann kabellos betreiben. Die dritte Variante, die Expert Edition, wäre quasi die Variante mit USB-Ladung und zusätzlich Wireless-Power-Charging. Ich zeige es euch mal hier in dieser Version. Da kann man nämlich auch sehr schön die Empfängerspule fürs Wireless-Power-Charging erkennen. Man kann auch sehr schön hier hinten den Akku erkennen, der hier drin sich befindet und die Platine mit der gesamten Intelligenz. Die vierte und limitierte Version wäre die hier. Die besteht aus Plexiglas und davon gibt es genau 20 Stück und auch wirklich nur für Kickstarter. Sonst würde es die Plexiglas-Variante nicht geben. Und das ganze Zeug ist natürlich aus Holz. Man kann es dann also kreativ bemalen, wie man lustig ist. An dieser Stelle auch dann gleich nochmal der Hinweis zur Art-Challenge. An art.ehio.de möchte ich dann auf jeden Fall die coolsten bemaltesten Fume-Track-Doors geschickt kriegen. Würde mich sehr freuen. Ansonsten gibt es gar nicht großartig viel zu sagen zu diesem Teil. Eventuell natürlich noch der Preis, der interessant sein könnte für viele. Kickstarter natürlich deutlich günstiger wie dann im Shop. Es sind die Preise alle dann auch auf der Kickstarter-Kampagne, die ich unten in der Beschreibung verlinke, zu sehen. Einen Aktivkohlefilter kann man leicht tauschen. Es geht hier oben ab, dann kann man den rausnehmen und gegen den neuen ersetzen. Es liegt natürlich ein Aktivkohlefilter bei der Lieferung bei. Und das Wichtigste in der ganzen Geschichte ist natürlich, was denn sonst ein Bausatz, ne? Also das Teil darf selber zusammengeschraubt werden. Das macht richtig Spaß. Gerade hier mit dieser Holzverzahnung und so. Das selber zusammenschrauben macht wirklich, wirklich richtig viel Laune. Die SMD-Bauteile auf der Platine sind alle komplett bestückt. Also man muss sich jetzt nicht plagen, dann QFN draufzulöten. Das Zeug ist alles vorbestückt, aber die bedrahteten Bauteile, die darf man auch anlöten. Also quasi das letzte Mal ohne Absaugung darf man das Zeug löten und zusammenschrauben. Und wie gesagt, das macht echt richtig Spaß. Wer das LED-Licht gerne hätte, einfach 10 Euro zur Kickstarter-Summe hinzufügen. Also wenn ihr jetzt quasi für 69 Euro die größte Variante nehmen wollt, einfach 79 Euro überweisen, dann sehen wir quasi, dass ihr das LED-Licht haben wollt, dann gibt es das dann einfach so dazu. Der Versand ist auch noch eine wichtige Thematik. Lithium ohne Akkus dürfen nicht verschickt werden per Luftfracht. Das bedeutet, alle die per Standardtransport erreicht werden können, also vorwiegend Österreich, Deutschland, Schweiz, so um den Drehrum, die bekommen das Ding mit einem Akku. Und die Versandkosten sind im Preis bereits inbegriffen. Für alle, die jetzt außerhalb von, sagen wir mal, Deutschland wohnen, wo das Ding mit einem Flugzeug hingebracht werden muss, also Amerika und so weiter, die bekommen das Ding ohne Akku. Aber das ist kein Problem, keine Angst. Das ist ein Standard 18650er Akku. Das bedeutet, ihr kauft den einfach irgendwo dann beim lokalen Händler oder in irgendeinem Online-Shop, der das dann bei euch quasi an eurer Stelle verschickt. Weil ich darf es einfach nicht. Also ich darf einfach nicht diesen Akku per Luftfracht verschicken. Deswegen einfach eine Standard 18650er Zelle mit interner Schutzbeschaltung reinpacken und dann läuft das Ding. Es würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr uns beim Kickstarter-Projekt unterstützen würdet. Der Link zum Projekt unten in der Videobeschreibung, wie gesagt. Denn die Botschaft Gesundheit und Sicherheit beim Löten ist schon eine sehr wichtige. Gerade für Schulen oder auch für jeden im Hobbykeller wäre es eigentlich schon sehr, sehr wichtig, dass gerade dieser Lötdampf, der doch nicht ungiftig ist, vom Gesicht wegkommt und man einfach gesund und sicher löten kann. Vielen Dank schon mal und bis dann. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.